Hallo, mein Name ist Armin von Windows Area und in diesem Video zeige ich euch ein neues Windows Feature, welches im übernächsten Windows Update im Oktober 2018 erscheinen soll. Das Feature nennt sich Sets und bringt Tabs für Apps. Ich befinde mich hier gerade in den Einstellungen und wie ihr oben links schon seht, ihr seht die Tabs, die ihr bereits von Browsern kennt. Und hier ist ein Plus-Button. Wenn ich auf ihn klicke, öffnet sich ein neuer Tab mit einer neuen Tab-Seite, die man von Microsoft Edge kennt. Im Endeffekt ist es auch nur ein Microsoft Edge Tab, wie man sieht. Das soll sich aber bald ändern. Und zwar möchte Microsoft die neue Tab-Seite ändern. Die Suche soll so werden wie die von der Task-Leiste. Sie soll den Nutzerordner nach eigenen Dateien durchsuchen. Außerdem sollen keine Webseiten vorgeschlagen werden, sondern Programme, die man öffnen kann und auch zuletzt verwendete Dateien sollen angezeigt werden. Das heißt, die neue Tab-Seite wird für dieses Feature angepasst werden. Aber aktuell ist das Ganze noch sehr unfertig. Deswegen haben wir bis jetzt nur Webseiten. Dann kann ich hier schnell durch die Tabs wechseln, also zwischen Einstellungen und neuer Tab. Wem das Feature nicht zusagt, der kann hier in den Einstellungen unter Multitasking, kann er das Feature auch deaktivieren, indem er den Haken weg macht. So, es können auch Apps in neuen Tabs geöffnet werden. Zum Beispiel klicke ich hier jetzt auf Hilfe anfordern und die Hilfe anfordern App öffnet sich auch in einem neuen Tab. Ich zeige euch ein alternatives Szenario, in dem ich die Mail-App öffne, denn in E-Mails sind häufig weiterführende Links, wie zum Beispiel in dieser her. Ich klicke einmal drauf und auch hier öffnet sich der Link aus der E-Mail in einem neuen Tab und ich kann hier entspannt den Artikel durchlesen. Oder ich möchte jetzt aus der Mail-App raus meinen Kalender öffnen. Dann öffnet sich der Kalender auch in einem neuen Tab und zuletzt die Kontakte-App natürlich auch in einem neuen Tab. Ich kann schnell zwischen den Tabs wechseln mit einer Tastenkombination, die auch an Webbrowsern angelehnt ist und diese wäre Windows-Steuerung und Tab. Ja, ich kann ganz angenehm zwischen meinen Tabs wechseln und wenn ich schnell ein neues hinzufügen möchte, dann klicke ich Windows-Steuerung und T dann wurde ein neuer Tab geöffnet und mit Windows-Steuerung W kann ich diesen wieder schließen. Das funktioniert auch ohne Probleme. Wenn ich das Fenster schließe, werden alle darin enthaltenen Apps auch mitgeschlossen. Zukünftig soll es so sein, wenn ich jetzt die Mail-App wieder öffnen würde, dass Windows dann Meldung anzeigt, hey, du hast hier zuletzt mit mehreren Tabs gearbeitet, möchtest du deine alte Sitzung wieder herstellen. Dann hat man halt die Wahl zwischen ja, nein oder halt nur einzelne Programme. Das soll auch mit Hilfe der Cloud synchronisiert werden. Beispielsweise, wenn ich jetzt an meinem Notebook arbeite mit mehreren Tabs und dann auf meinem PC wieder zum Beispiel Word öffne, dann wird er mich auffragen. Ein weiteres Szenario, welches ich zeigen kann, wäre die Windows-Area-App, die ihr euch aus dem Store runterladen könnt. Wenn ich jetzt ein Artikel lese, sind hier auch oft Links drin und dann werden sie auch in einem neuen Tab geöffnet. Das gilt aktuell allerdings nur für Universal-Apps, also neue Apps aus dem Windows-Store. Programme sind nicht eingeschlossen. Als Beispiel gehe ich jetzt unter Apps und Features. Da wurde nämlich in die alte Systemsteuerung verlinkt. Man sieht, es öffnet sich einfach in einem neuen Fenster. Und nein, aktuell gibt es noch keine Tabs im Datei Explorer, denn auch das ist keine neue App. Allerdings hat man in der Demo von Microsoft gesehen, dass sich die echten Office-Programme, die auch keine Apps sind, auch in neuen Fenstern geöffnet haben. Das bedeutet, es ist höchstwahrscheinlich, dass es auch normale Apps bald geben wird für die Tab-Funktion. Und dann wird wahrscheinlich auch der Explorer die Tabs bekommen, was ein sehr häufig gewünschtes Feature von Windows-Sutzern ist. So, und das war es auch schon mit dem kleinen Ausblick auf das zukünftige Windows-Feature. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier wird jetzt ein Video eingeblendet, wo ihr noch mehr Neuerungen sehen könnt von dem letzten Windows-Bild. Und falls ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann abonniert doch unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.